Der konservative Sender Fox News verkündet es als erstes. Donald Trump wird der 47. Präsident der USA. Auf der zentralen Wahlparty der Republikaner in Florida brechen die Anhänger in Jubelstürme aus. Um kurz vor halb neun deutscher Zeit betritt Trump die Bühne. Gemeinsam mit Freunden und Familie spricht von einem politischen Sieg, den das Land so noch nicht gesehen habe. Jeden einzelnen Tag werde ich für euch kämpfen, mit jedem Atemzug in meinem Körper. Ich werde nicht ruhen, bis wir das starke, sichere und wohlhabende Amerika haben, das unsere Kinder verdienen, das ihr verdient. Das wird das goldene Zeitalter Amerikas. Trumps Sieg zeichnet sich bereits in der Nacht ab, als er in immer mehr Swing States die Mehrheiten holt. Hier jubeln die Trump-Anhänger in Georgia. Kamala Harris ist eine Lügnerin, sie ist trügerisch. Aber Trump sagt die Wahrheit, er hat sich eine Kugel für uns eingefangen. Er ist ein guter Amerikaner. Ich frage mich nur, ob ich am Tag der Amtseinführung ein Hotel in Washington bekommen kann. Kumpel, Amen. Mann, Amen. Große Enttäuschung hingegen im Lager der Demokraten. Noch in der Nacht kündigt der Berater von Kamala Harris an, dass sich die Vizepräsidentin nicht mehr auf der Wahlparty zeigt wird. Sie werden heute Abend nichts von der Vizepräsidentin hören. Aber sie werden morgen von ihr hören. Sie wird morgen wieder hier sein und sich nicht nur an ihre Anhänger wenden, sondern auch an die Nation. Viele Anhänger verlassen daraufhin schon frühzeitig die Veranstaltung an der Howard University in Washington. Die Entscheidung bei der US-Präsidentenwahl kam schneller, als es alle erwartet hatten. Forum gez bekommen올LEbang Sy Joe! 35. 31. 29. 29. – 23.